Ich werde Ihnen jetzt zwei Formeln zeigen, die beide sehr einfach sind, trotzdem aber beide einen Namen bekommen. Und Sie werden sich wahrscheinlich zuerst zurechtfragen, wieso denn solche einfachen, simplen Formeln überhaupt einen Namen bekommen, warum die einen Namen verdienen. Wir werden sehen, dass die trotz ihrer Einfachheit sehr gut einzusetzen sind für alle möglichen Dinge. Das erste ist der Satz von Bayes, oder manchmal sagt man auch einfach Formel von Bayes dazu. Und diese Formel von Bayes bekommt man ganz schlicht und ergreifend dadurch, dass man ein ganz bisschen umformt. Ich schreibe nochmal hin, was wir definiert hatten. Wir hatten gesagt, die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B bekommt man folgendermaßen. Wir bilden diesen Durchschnitt und teilen durch die Wahrscheinlichkeit von B. Das ist einfach nur hingeschrieben, was wir definiert haben. Jetzt erweitere ich, sowas habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Ich multipliziere oben und unten mit demselben. Und jetzt schreibe ich das ein bisschen um. Und schreibe für, also auf der linken Seite fasse ich den Term links unten und rechts oben zusammen. Da steht dann PA durch PB. Auf der rechten Seite steht das hier. Vergessen Sie mal den linken Faktor. Was ist der rechte Faktor? Was steht im rechten Faktor? Das ist doch eigentlich dasselbe wie die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B, nur mit vertauschten Rollen von B und A. Das heißt, hier steht jetzt, das ist dies hier. Also die Formel von Bayes, das ist schon alles, ist schlicht und ergreifend diese Formel hier. Wie ich sagte, das wird Ihnen am Anfang total lächerlich einfach vorkommen. Die man natürlich nur hinschreiben kann, das schreibe ich jetzt nicht extra dazu, wenn beide Wahrscheinlichkeiten PA und PB nicht Null sind, sonst kann man diese ganzen Teile reinig machen. Abgesehen davon ist das aber eine ganz simple Formel. Das Wesentliche, was Sie sich merken wollten, ist, Sie können dadurch sozusagen die Reihenfolge der Bedingungen vertauschen. Sie können aus A tritt ein unter der Bedingung B machen, B tritt ein unter der Bedingung A. Sie können zwischen den beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten umrechnen, was wir gleich ein zweimal machen werden. Also das ist die eine von den beiden, die ich Ihnen zeigen wollte. Wie gesagt, ganz simple Formel. Und das zweite trägt noch einen pompöseren Namen, ist aber auch nur eine ganz einfache Formel. Das ist das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Klingt wahnsinnig toll, ist es aber gar nicht. Also Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Das geht folgendermaßen. Ich will die Wahrscheinlichkeit von A ausrechnen, weiß die aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Jetzt mache ich folgendes, ich zerlege A in zwei Teile. Ich mache mal ein kleines Bildchen. Das ist unser Gesamtraum. Omega. Hier ist mein Ereignis A. Und ich habe jetzt noch ein anderes Ereignis B. Und jetzt setze ich A aus zwei Teilen zusammen. Aus diesem Teil hier, der rote Teil, das ist A geschnitten mit B. Und aus dem grünen Teil hier, der grüne Teil ist A geschnitten mit dem Komplement von B. Die beiden zusammen ergeben wieder A und diese beiden Mengen sind, sieht man ja am Bild disjunkt. Und weil diese beiden Mengen disjunkt sind, darf ich die Wahrscheinlichkeiten addieren. Das ist ja eins von unseren Axiomen, dass ich disjunkte Wahrscheinlichkeiten addieren darf. Also hier schreibe ich mal dabei, das darf ich machen, weil die disjunkt sind. So, und jetzt schreibe ich diese beiden Summanden, die ich da rechts stehen habe, als bedingte Wahrscheinlichkeiten. Ich schreibe das nochmal hier daneben, weil Sie noch nicht so vertraut mit den Begriffen sind. Und die bedingte Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B ist ja das hier. Und wenn ich das nach dem, was im Zähler steht, auflöse, dann habe ich dieses hier ist Pb mal das hier. Und das steht ja da oben, das ist der rote Term. Das heißt, für den ersten Summanden kann ich hinschreiben, die Wahrscheinlichkeit von B mal die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B. Und den rechten Summanden kann ich genauso hinschreiben, indem ich statt B B Komplement nehme. Ist ja sonst das Gleiche, ne? Also ich kann die gleiche Rechnung nochmal machen. Das heißt, hierfür kann ich schreiben, die Plus, die Wahrscheinlichkeit für B Komplement mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A eintritt unter der Bedingung B Komplement. Das ist schon das ganze Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit. Auch eigentlich super easy. Das ist auch etwas, was ganz harmlos aussieht, was aber häufig sehr hilfreich ist. Sie werden häufig Situationen haben, wo Sie die Wahrscheinlichkeit von A nicht so einfach ausrechnen können, aber Sie können A eventuell in Teile, in bedingte Wahrscheinlichkeiten zerlegen und das dann ausrechnen. Man kann das jetzt auch noch ein bisschen ausbauen, das will ich jetzt nicht mehr hinschreiben, aber Sie hätten jetzt stattdessen, so wie wir das hier gemacht haben, statt A in zwei disjunkte Teile zu zerlegen, hätten Sie A auch noch in mehr als zwei Teile zerlegen können. Dann können Sie dasselbe hinschreiben mit mehr als zwei Summanden. Aber die Idee ist immer dieselbe. Sie zerlegen das in einzelne Teile und nehmen jeweils die Teilwahrscheinlichkeiten multipliziert mit der bedingten Wahrscheinlichkeit. Das wird wahrscheinlich am besten klar, wenn wir uns mal ein Beispiel dafür anschauen. Der Witz an diesen beiden Formeln, der Formel von Bayes und dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit, ist nämlich, dass man die so ein bisschen für das Umkehren von Schlussfolgerungen nehmen kann. Wir haben ja eben bei der Formel von Bayes gesehen, da wird die bedingte Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B zur bedingten Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A. Und sowas machen wir jetzt auch. Und zwar mal wieder so eines von diesen beliebten Kugelspielchen. Wir haben zwei Behälter mit jeweils zehn Kugeln. Und in dem ersten Behälter sind drin neun rote und eine schwarze. In dem zweiten Behälter sind drin vier rote und der Rest sind schwarze, auch zehn ja insgesamt. Und jetzt passiert ein zweistufiger Prozess. Erstens, Sie wählen zufällig einen von den beiden Behältern. Zufällig einen Behälter. Stellen Sie sich vor, Sie werfen zum Beispiel eine Münze, mit dem Sie entscheiden, ob Sie den ersten oder den zweiten Behälter nehmen. Und zweitens, aus diesem Behälter ziehen Sie zufällig eine Kugel. Also Sie greifen da blind rein, nachdem Sie vorher mit einer Münze entschieden haben, welchen Behälter Sie nehmen. Und jetzt haben Sie eine rote Kugel in der Hand. Jetzt kommt raus eine rote Kugel. Und jetzt, wie ich eben schon sagte, Wahrscheinlichkeiten umdrehen. Jetzt wollen Sie wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie in den ersten Behälter reingegriffen haben. Wir schreiben das mal wirklich hin und werden sehen, dass wir hier tatsächlich beide von diesen Formeln, die wir eben hatten, auch brauchen. Wir müssen den Sachen jetzt mal einen Namen geben. Also A soll das Ereignis sein, Kugel aus dem ersten Behälter. Das heißt, dieses ist unser Behälter A und das ist unser Behälter B. B ist das Ereignis Kugel aus dem zweiten Behälter. Und dann nehmen wir R, soll das Ereignis sein, rote Kugel. So, und jetzt können wir anfangen, so ein bisschen rumzurechnen. Was wollen wir eigentlich haben? Können Sie das mit Hilfe von A, B und R ausdrücken? Die Frage, die ich da unten gestellt habe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine rote Kugel gezogen habe, dass sie aus dem ersten Behälter kommt? Was will ich eigentlich ausrechnen? Das will ich wissen. Das ist meine Frage. Unter der Bedingung, dass eine rote Kugel gezogen wurde, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich in den Behälter A gegriffen habe? Das kann ich natürlich jetzt nicht so einfach ablesen. Ja, aber ich könnte jetzt die Formel von Bayes anwenden, die mir sagt, wie ich das ausrechnen kann. Das heißt, ich nehme jetzt die Formel von Bayes, die mir sagt, das ist das hier geteilt durch das mal die umgedrehte Wahrscheinlichkeit. So, jetzt gucken wir uns mal an. Auf der rechten Seite stehen jetzt drei Wahrscheinlichkeiten. Ich würde mal sagen, zwei von denen kann man relativ leicht sehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Behälter A auswähle? Ein Halb. Das ist ja ein Münzwurf, ne? Also das ist schon mal klar. Diese Wahrscheinlichkeit ist ein Halb. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, die rechts steht als Faktor, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine rote Kugel ziehe, wenn ich in den Behälter A greife? Neun Zehntel. Da sind zehn Kugeln drin, neun von denen sind rot, also ist die Wahrscheinlichkeit neun Zehntel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine rote Kugel ziehe, ist nicht so völlig offensichtlich. In diesem Fall ist es noch relativ übersichtlich, könnte man auch anders ausrechnen. Ich zeige Ihnen aber mal, wie man diese Wahrscheinlichkeit jetzt mit dem Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit berechnet, weil das ein Verfahren ist, was wir öfter anwenden werden. Also was mir noch fehlt von diesen drei Wahrscheinlichkeiten, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, eine rote Kugel zu ziehen. Und jetzt wende ich das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit an. Und das sagt mir, das kann ich jetzt aufspalten, in die Wahrscheinlichkeit, dafür in den Behälter A zu greifen, mal die Wahrscheinlichkeit, aus dem Behälter A die rote Kugel zu ziehen, plus die Wahrscheinlichkeit, in den Behälter B zu greifen, mal die Wahrscheinlichkeit, aus dem Behälter B eine rote Kugel zu ziehen. Dadurch wird es nun, es werden immer mehr Wahrscheinlichkeiten ins Spiel kommen, aber es wird nach und nach immer einfacher, weil das jetzt alles Wahrscheinlichkeiten sind, die offensichtlich sind. Teilweise haben wir uns die sogar schon überlegt. Die Wahrscheinlichkeit, den Behälter A zu nehmen, ist ein Halb. Die Wahrscheinlichkeit, aus dem Behälter A eine rote Kugel zu ziehen, ist neun Zehntel, weil neun von zehn Kugeln rot sind. Die Wahrscheinlichkeit, in den Behälter B zu greifen, ist ein Halb. Die Wahrscheinlichkeit, aus dem Behälter B eine rote Kugel zu ziehen, ist vier Zehntel, weil da vier von zehn Kugeln rot sind. Das muss ich jetzt nur noch ausrechnen. Das ist jetzt neun Zwanzigstel, plus vier Zwanzigstel, also ist die Wahrscheinlichkeit dreizehn Zwanzigstel. In diesem Fall, wie gesagt, in diesem Fall ist es nicht so schwer, weil Sie hier auch einfach hätten sagen können, das sind insgesamt 20 Kugeln, davon sind 13 rot, also ist es natürlich dreizehn Zwanzigstel. Das liegt aber daran, dass es jetzt ein sehr einfaches Modell war, wo beide Behälter gleich viele Kugeln hatten und beide Behälter mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt wurden. Dieses Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit, was wir eben angewandt haben, hätten wir auch anwenden können, wenn zum Beispiel die Behälter mit einem anderen Losverfahren ermittelt würden oder nicht gleich viele Kugeln hätten und so weiter. So, und jetzt haben wir das raus, was uns oben noch fehlte, diesen Wert hier. Und jetzt können wir hier oben weitermachen, jetzt wird das ein bisschen geschmierig hier. Hier muss ich jetzt schreiben, die Wahrscheinlichkeit für A, ein Halb, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für R, habe ich gerade ausgerechnet, dreizehn Zwanzigstel, mal die Wahrscheinlichkeit, da oben steht sie noch, die bedingte Wahrscheinlichkeit für R unter der Bedingung A, neun Zehntel. Und das ist jetzt nur noch Rechenarbeit, dann habe ich also hier im Zähler stehen, also ein Halb mal dreizehn Zwanzigstel, zwanzig Dreizehntel, mal neun Zehntel, kürzt, kürzt, dann haben wir hier zwei und dann haben wir hier achtzehn, ne, die zwei kann ja auch weg, dann haben wir hier neun Dreizehntel. Das sind ungefähr 69 Prozent. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was Sie am Anfang gedacht hätten. Also rückwärts gerechnet ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie aus dem ersten Behälter eine Kugel gezogen haben, wenn Sie wissen, dass Sie eine rote in der Hand haben, 69 Prozent. Das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit der Anzahl der Kugeln zu tun, in dem Sinne, dass man es so vorzieht. Noch eine Bemerkung, was jetzt hoffentlich schon klar geworden ist durch diese Berechnung hier, aber ich will es noch mal sagen. Ich schreibe mal typischer Laienfehler. Häufig denken Leute, dass dies beides dasselbe ist oder zumindest denken Sie, dass das ungefähr das gleiche ist. Also die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung B ist ungefähr dasselbe wie die bedingte Wahrscheinlichkeit für B unter der Bedingung A. Wenn wir jetzt noch mal zur Formel von Bayes und uns die anschauen, also hier oben steht ja noch Formel von Bayes, wenn Sie sich das anschauen, können Sie eine Bedingung dafür angeben, wann diese beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten ungefähr gleich groß sind? Was muss dann passieren, damit sie ungefähr gleich groß sind? Wenn A muss ungefähr gleich der Wahrscheinlichkeit von B sind. Genau. Diese beiden stehen ja in einem Zusammenhang, sehen wir hier ja, und der Zusammenhang ist dieser Faktor hier. Und diese beiden sind nur dann ungefähr gleich groß, wenn dieser Faktor ungefähr 1 ist. Sonst können sie nicht ungefähr gleich groß sein. Und dieser Faktor ist nur dann ungefähr 1, wenn die beiden Wahrscheinlichkeiten A und B ungefähr gleich groß sind. Also, es ist ein Denkfehler zu glauben, dass sich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich A und B vertausche, die bedingte Wahrscheinlichkeit nicht groß ändert. Das stimmt nur dann, wenn die beiden Grundwahrscheinlichkeiten sich von vornherein nicht besonders unterschieden haben. Sonst kann da alles Mögliche passieren. Also sollten wir das hier noch mal deutlich dazuschreiben. nur dann, wenn die Wahrscheinlichkeiten für A und B auch ungefähr gleich sind. Dann sind auch die bedingten Wahrscheinlichkeiten ungefähr gleich. Ansonsten kann alles Mögliche passieren. Eine von beiden kann viel, viel größer oder viel, viel kleiner als die andere sein. So, dann habe ich noch ein Beispiel, weil das auch so eine häufige Fehlannahme ist. Nehmen wir mal vier Würfel und wir nehmen A, das Ereignis im letzten, also die werden nacheinander gewürfelt. Nehmen wir mal vier Würfel werden nacheinander gewürfelt. Den kann man sich besser vorstellen. Im letzten Wurf keine 6. Und B ist die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten drei Würfen nur 6 kommen. Also sie würfeln viermal erster Wurf 6, zweiter Wurf 6, dritter Wurf 6. Typischer Laienfehler zu sagen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit im vierten Wurf dafür, dass keine 6 kommt, größer als sie vorher war. Weil es ist ja drei Mal eine 6 gekommen, jetzt kann nicht nochmal eine 6 kommen. Es muss jetzt mal was anderes passieren. Das ist im Prinzip umgekehrt so, wenn sie beim Roulette Tisch stehen stehen, da ist den ganzen Abend niemals eine 3 gekommen. Dann sagen sie, es muss irgendwann mal eine 3 kommen. Es wird jetzt langsam Zeit, weil so lange keine war. Und genauso würden sie hier sagen, es ist jetzt so oft eine 6 gekommen, es muss ja mal was anderes kommen. Wie würde das denn, dieser Irrglaube, dass dadurch, dass drei Sechsen gewürfelt wurden, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt keine 6 kommt, größer ist, als sie sonst wäre? Wie würde man das denn als Formel hinschreiben? Also ich schreibe mal davor Irrglaube. Die Wahrscheinlichkeit dafür, also die normale Wahrscheinlichkeit dafür, im letzten Wurf keine 6 zu haben, ist kleiner als was? Genau. Das ist das, was viele Leute denken. Also ohne Zweifel, haben Sie sicher das auch schon mal gehört, wenn irgendeine Sache oft passiert ist, dann muss jetzt mal das Gegenteil passieren. Und dieser Irrglaube, der würde als Formel so aussehen, man glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit für A, also die normale Wahrscheinlichkeit dafür, dass im letzten Wurf keine 6 kommt, geringer ist, als die dafür, dass nach drei Sechsen keine 6 kommt. Jetzt können Sie das ganz normale Modell hinmachen, vielleicht machen wir das mal, um zu sehen, dass zumindest in unserem Modell das nicht stimmt. Also unser Modell würde ja so aussehen, Omega ist, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht, die Menge der Zahlen von 1 bis 6 hoch 4 in diesem Fall. A wäre das Ereignis im letzten Wurf keine 6, also jetzt können wir wirklich eine Reihenfolge nehmen, na die kann ich auch alle hinschreiben, wir sind es ja nicht, sodass der letzte Wurf nicht 6 ist und B wäre das Ereignis 6, 6, 6 und irgendwas aus Omega oder das kann ich auch anders hinschreiben, x4 ist irgendeine Zahl von 1 bis 6 Die Wahrscheinlichkeit von Omega ist 6 die Mächtigkeit von Omega ist 6 hoch 4 Was ist die Mächtigkeit von A? Ja, das stimmt auch. Die Antwort ist 6 hoch 3 mal 5 weil sie für den ersten, zweiten und dritten Wurf irgendwas einsetzen können haben sie jeweils 6 Möglichkeiten für den vierten Wurf haben sie nur 5 Möglichkeiten also haben sie 6 mal 6 mal 6 mal 5 Möglichkeiten und die Mächtigkeit von B ist noch einfacher auszurechnen Ja, das ist einfach 6 weil das einzige was sie da variieren können ist der letzte Wert x4 da gibt es 6 Möglichkeiten für also ist die Wahrscheinlichkeit 6 So, jetzt können wir ausrechnen die Wahrscheinlichkeit dafür dass im letzten Wurf keine 6 gewürfelt wird ist ja ein Laplace Experiment ist einfach das hier das heißt sie haben 6 hoch 3 mal 5 durch 6 hoch 4 kürzlich 6 hoch 3 weg also haben 5 5 5 die Wahrscheinlichkeit die da oben noch steht die bekommen sie als das hier was unten steht wissen wir A geschnitten B müssen wir noch haben wie sieht A geschnitten B aus das sind alle Würfe bei denen weil sie in A sind hinten keine 6 steht und weil sie in B sind vorne nur 6 entstehen das heißt A geschnitten B sieht so aus 6 6 6 x4 und x4 ist eine von den Zahlen 1 bis 5 in diesem Fall nur weil eine 6 ja nicht zugelassen ist dann können wir auch ganz leicht die Mächtigkeit ausrechnen die Mächtigkeit von dem Ding ist einfach 5 weil es nur 5 Möglichkeiten gibt das heißt was ergibt sich hier dies hier mal 1 durch das und jetzt haben sie schon gesagt das links ist 5 durch die Mächtigkeit von Omega und rechts haben wir dann 6 durch die Mächtigkeit von Omega davon den Kehrwert also 6 durch die Mächtigkeit von Omega und da kürzt sich die Mächtigkeit von Omega wieder raus hätten wir gar nicht gebraucht also kommt hier auch 5 Sechstel raus also entscheidend ist hier kommt 5 Sechstel raus und hier kommt 5 Sechstel raus was bedeutet der das da oben glaubt nicht überzeugen wenn jemand glaubt dass die Wahrscheinlichkeit dafür dass weil ganz oft eine Sechs kam dafür dass jetzt keine Sechs kommt größer ist dann werden sie ihn mit sowas nicht überzeugen können weil der ihnen sagt ja in deinem Modell das ist ja ein Modell was wir gebaut haben und in unserem Modell ist das so aber das ist nur unsere Interpretation also da kommen wir wieder an die Stelle die ich schon ein mal erwähnt habe wir benutzen ein mathematisches Instrumentarium das sich in vielen Fällen als sehr hilfreich herausgestellt hat und ich bin fest überzeugt dass das richtig ist und es würde vielleicht helfen wenn man mit irgendjemandem der sowas glaubt einfach mal 20.000 Würfelvorgänge simuliert oder sowas aber sie können mit solchen mathematischen Argumenten jemanden nicht überzeugen der sagt ich habe eine ganz andere Vorstellung von der Wahrscheinlichkeit von Wahrscheinlichkeit Das ist